Fendt legt die Baureihe 600 Vario neu auf und kommt mit vier Modellen im Leistungsbereich von 140 bis 209 PS auf den Markt. Das bereits in anderen Baureihen verfügbare Mehrleistungskonzept Dynamic Performance gibt auch bei diesen Modellen bis zu 15 PS Mehrleistung über eine bedarfsabhängige Steuerung dann frei, wenn diese benötigt wird. So erreicht das hier gefahrene Topmodell 620 Vario in Profi Plus Ausstattung eine maximale Leistung von 224 PS. Vorerst exklusiv wird in dieser Baureihe der vierzylindrige Eco Power Motor mit der Bezeichnung Core 50 und 5 Litern Hubraum verbaut. Der Motor kommt auch mit synthetischem Diesel zurecht. Das maximale Drehmoment von 950 Newtonmetern steht ab 1200 bis 1600 Umdrehungen pro Minute bereit. Weiter ist auch das innovative Niedrig-Drehzahl-Konzept erstmals in dieser Leistungsklasse erhältlich. Das Tempo von 40 kmh wird so bei 1050 Motorumdrehungen pro Minute erreicht. Optional gibt es einen intelligenten, direkt aus der Kabine regelbaren Umkehrlüfter. Getriebeseitig kommt das VarioDrive-Konzept mit unabhängiger Ansteuerung der Vorder- und Hinterachse zum Zug. Beim Getriebe selbst handelt es sich um der stufenlose TA 150 mit einem Fahrbereich. Die Zapfwelle bietet die Drehzahlen 540, 540 Eco, 1000 und 1000 Eco. Verbaut ist weiter eine Closed-Center, Load-Sensing-Hydraulik mit 152 Litern pro Minute. Optional mit 205 Litern. Maximal stehen 10 Steuerventile bereit, 5 im Heck, 2 an der Front und 3 unabhängige mittig. Die Hubkraft im Heck wird mit 9750 kg angegeben. Vorne sind es 4,4 Tonnen. Der sogenannte Pull-in-Turn-Effekt zieht den Traktor regelrecht in die Kurve. Das Ergebnis ein besonders kleiner Wenderadius von nur 5,1 Metern mit einer 540er Bereifung. Die vollintegrierte Reifendruckanlage VarioGrip vergrössert die Aufstandsfläche der Reifen, steigert die Zugleistung und verringert gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch. Bei einem Leergewicht von 7,7 Tonnen können bis zu 5,8 Tonnen zugeladen werden. Tolle Werte in dieser Leistungsklasse. Das Bedienkonzept FENT1 mit Multifunktions-Joystick, digitalem Dashboard sowie Terminal an der Armlehne gehören zur Serienausstattung. Optional ergänzen der 3L-Joystick sowie ein weiteres Terminal im Dachhimmel den Ausstattungsumfang. Verbaut ist die bekannte, pneumatisch gefederte Visio Plus-Kabine mit durchgehender Panoramascheibe und hohem Sichtwinkel für den Frontladereinsatz sowie einer generell guten Sicht nach vorne und auch auf den hinteren Anbauraum. Bis zu sechs unterschiedliche Sitzausstattungen sind möglich. Hier der neue Premium-Sitz mit zahlreichen Ergonomie- und Komfortfunktionen inklusive Bedienung übers Terminal. Optional gibt es diesen Lenk-Joystick Ergo Steer, der als Nachrüstung bei FENT für alle Traktoren der Baureihen 500 bis 1000 Vario zur Verfügung steht, die mit einem FENT1-Arbeitsplatz ausgerüstet sind. Dieser Joystick erleichtert die Wendemanöver. Er wird an einer neuen, einstellbaren Armlehne auf der linken Seite des Fahrersitzes montiert und ergänzt so die bekannte FENT1-Armlehne rechts. Der Joystick verfügt über eine Wippe zur Änderung der Fahrtrichtung inklusive Stop-and-Go-Funktion und einer Taste zur Aktivierung der Spurführung. Mit dem Joystick kann man den vollen Lenkeinschlag aus dem Handgelenk heraus steuern. Dies ermöglicht jederzeit eine aufrechte Sitzposition, somit ein ergonomisches Arbeiten. Die Serienproduktion der Baureihe 600 Vario startet bei FENT in Marktoberdorf ab Sommer 2024. Mehr Informationen zum neuen FENT 600 Vario in der gedruckten Ausgabe der Schweizer Landtechnik. Abonnieren